Hallo liebe Freunde der Amüsiertabletten, herzlich willkommen hier zu einem kleinen Infovideo bzw. zu einem kleinen Weihnachtsvideo. Und zwar wollten wir uns mal bei euch für das Jahr 2018 bedanken, denn das Jahr neigt sich ja nun mal auch dem Ende entgegen und viel mehr wird es jetzt auch bei uns auf dem Kanal nicht mehr wirklich geben, denn wir machen ja jetzt so über Weihnachten das gleiche wie ihr, Geschenke kaufen, vielleicht noch das ein oder andere Mal arbeiten, aber auch eben entsprechend mit der Familie Zeit verbringen, mit Freunden Zeit verbringen. Von daher kann es sein, dass es bei uns auf dem Kanal auch bis zum Jahresende, bis zum Anfang nächsten Jahres eher etwas gediegener zugeht, eher etwas ruhiger ist. Wie ihr seht, bin ich auch bei mir noch nicht komplett fertig. Hinten fehlt auch noch eine ganze Menge und zwar die grüne Wand, die ich ja noch machen wollte, damit wir entsprechend auch wieder die Greenscreens hier verwenden können bei mir. Ich versuche hier und da zu Weihnachten ein paar Videos rauszubringen, auch The Journey von FIFA jetzt zum Ende zu bringen, damit wir im nächsten Jahr dann durchstarten können mit dem Karrieremodus. Ich muss gucken, wie schnell und wie einfach ich das schaffe, aber deswegen wird es dann vielleicht auch mal ein paar mehr The Journey und FIFA 19 Videos bei uns auf dem Kanal geben, was nicht heißt, dass wir alles andere in den Hintergrund schmeißen. Vielleicht auch noch mal der ein oder andere Livestream, aber das können wir, wie gesagt, nicht versprechen, denn Weihnachten und Neujahr steht vor der Tür und da investieren wir unsere Zeit auch ganz gerne in andere Dinge. Wir wünschen euch, also unserer Community, unseren Freunden, unseren Familien auf diesem Weg einfach auch mal fröhliche Weihnachten, vor allen Dingen auch friedliche Weihnachten. Ich glaube, das ist etwas, worauf es ankommt, dass wir uns ein bisschen entschleunigen in der Zeit, dass wir einfach mal diese Zeit genießen können und einfach mal nichts anderes denken müssen, als eben entsprechend an eine besinnliche Weihnacht und an einen guten Rutsch in das neue Jahr hinein und an ein gutes neues Jahr 2019, wo hoffentlich viele Sachen in Erfüllung gehen, die wir uns vornehmen. Auch im Jahr 2019 werden wir natürlich weiter für euch da sein in der bekannten Besetzung, dem Sergej, dem Marco und mit mir, dem Kai. Und wir hoffen, dass wir euch auch noch ein paar neuere Themen wieder darstellen können. Vielleicht haben wir auch den ein oder anderen Möglichkeiten, mal ein paar Spiele nochmal wieder zu zeigen, die neu rauskommen. Ihr wisst ja, wir sind alles immer ein bisschen eher bunt statt fokussiert. Das bedeutet, wir machen alles mal immer ein bisschen mit. Vielleicht nicht alles immer bis ganz zum bittersten Ende durch, aber zumindestens, um mal Einblicke in die Spiele zu geben, werden wir auch diesem bunten Mix erstmal beibehalten und auch so ins neue Jahr starten. In diesem Sinne, warum muss ja auch gar nicht groß drum herum reden, in diesem Sinne wünschen wir euch, wie gesagt, noch mal frohe Weihnachten. Habt ein schönes Fest mit euren Liebsten und wenn wir uns auch zwischendurch nicht mehr sehen sollten und ich werde kein weiteres Video dafür drehen, einen guten Rutsch ins neue Jahr und einen schönen Beginn ins Jahr 2019. Bleibt uns erhalten. Teilt uns weiter mit euren Freunden, mit unseren Freunden auch gerne und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, im Namen aller Amüsiertabletten, euer CrunchGow. Ciao.